Hallo und willkommen in der Akademie. Ich bin Claudio und ich bin bereit Ihnen die letzten Neuheiten aus der Welt von UPower zu präsentieren. Heute reden wir über RedUp, die Arbeitsschuhlinie mit der revolutionären High Rebound Technologie. High Rebound aus Elastopan von BASF ist eine innovative Technologie, die Ihnen eine Energierückgewinnung von mehr als 40 Prozent auf die ganze Fläche des Fußes sowohl während der Auftrittsphase als auch während der Abdruckphase garantiert. Leicht und extrem flexibel, reduziert das Ermüdungsgefühl, verursacht durch die Haltung und die Arbeitsleistungen. Aber was können wir über die Linie RedUp sagen? 24 Modelle, geeignet für jede Jahreszeit, Halbschuhe, Stiefel, um den Knöchel zu schützen und eine Sandale. Erfahren wir aber mehr über das Modell Sirio. Leichter und bequemer Halbschuh, Obermaterial aus weichem gelochten Belurleder, gelochte Airtow Aluminium-Sicherheitskappe mit atmungsaktiver Membran. Durchtrittsichere Einlegersohle, absolut metallfrei. Zwischensohle aus PU PU High Rebound aus Elastopan. Rutschfeste, ölbeständige, abriebfeste Sohle und vor allem antistatisch. Sicherheitsstandard S1 PSRC ESD. Also meine Damen und Herren, bitte wählen Sie immer nur Schutzvorrichtungen, die für Ihre Arbeit geeignet sind. Sicherheitsschuhe natürlich von New Power. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lesen Sie den Artikel, teilen Sie ihn in den sozialen Medien oder hinterlassen Sie einen Kommentar, um Informationen anzufordern. Don't worry, be happy mit New Power.